Ja, hallo, ähm, da bin ich wieder, wir sind hier bei einer Mission, wo man, äh, ne, hier, eine Station von bösen Sturmtrupplern befreien müssen. Ja, ich weiß nicht, wieso ich in diesen Akzent abgerutscht bin, aber, oh, äh, aha, nein, äh, aber wir scheinen hier richtig zu sein, oh, oh, moment, habe ich das Ding hier, nein, habe ich nicht, okay, den, äh, das Skulptur passt, ich wollte schon, aber okay. Was gibt's da? Ah! Okay, nur noch zwei Dinger, die deaktiviert werden müssen. Oh, dammit. Hmm. Lobos. Wee. Wee. Kann ich da auch ran? Ja! Wie geil ist das denn? Daran erinnere ich mich auch gar nicht mehr. Wie geil ist das denn? Nein! Ja! Auch in Berlin! Wie geil ist das denn? Ja! Wie geil ist das denn? Hallo? Hallo? Wo fühle ich dir jemand da? Nein. Oh. Ich kann da kommen, tut mir. Aha. Okay. 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 Wenn es mit dem Blaster halt nicht geht. Boah, kann ich dir was aussagen? Nein, 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 nein! Gibt's hiermit ein Flustrick? Nein, 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 nein! Okay, nach Hause! Aha! Oh! Ich seh dich! Yay! Nur noch zwei! Naja, eigentlich nur noch einer, weil ich glaube, einer ist vorhin in die Luft geflogen. So viel zur Aufgabe, dass die Station heil bleiben muss. Ah! Yay, noch ein Verstecker ist bei mir! Ich bin nicht mehr. Okay. Oh! 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 Macht das rum? Nein. Okay. dann macht geschwindigkeit irgendwo gab gibt es eine verschlossene tür die ich noch nicht gefunden habe ich glaube ich weiß schon wo da ist ja schon die tür da geh ich gleich da geh ich gleich da geh ich gleich wollte ich sagen was ich eigentlich wollte sagen wollte ich habe noch irgendwo was gefunden gang wo ich auch noch hingehen konnte aber noch nicht wollte ok da war nix f2 ah f3 f4 aha aha mach aus f5 ah spike hat wohl keinen Krieg oh ja f5 natürlich was noch sonst f yeah ja ich glaube die Dinger die ich sehe das sind die die Bomben ah ok ist das eigentlich auch ein Versteck ja was ist das da wenn ich zu leise spreche was bewegt dich da ja rate mal tut mir leid Ui Gleich haben wir Was? 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 Stimmen? Was? Ach komm Ne, na, na, ne, oder? Als ob Ich habe es gespeichert, glaube ich Hä? Hör mal Hä? Als ob Nur wegen so einer Flamme Okay, die sind schon tot Ah ja Hä? Ach komm Hä? Das glaube ich jetzt nicht Als ob Als ob Das ist Das ist Okay Vor Überraschung ist mir ein bisschen warm geworden Mal raus, mal raus was bewegt sich da? ja, keine ahnung gleich haben wir sie pfui böse flamme böse flamme pfui pfui ok, Feuer ist scheinbar echt gefährlich die Rivale 2020 hey, alte Tasse? äh, ja, Fähigkeit was ist hier? ah ja, warte mal ah, hier bin ich ok cool aha gut äh, dann da lang bin ich da überhaupt schneller? ja, böse Feuer halt, raus gut, das Feuer habe ich hinter mir, das sollte ich speichern ich frage mich, wie die Steinsatzmenschen eigentlich damals 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 äh, rausgefunden haben, dass das Feuer gefährlich ist hat sich da auch einer angezündet? ja, vermutlich ja, vermutlich hoffe ich richtig ja biep ich habe den Durchblick hhh bock hoch hm da liegt durch hochkommen AAAAAAAAAAAAA... obвал dieses acknowledge doch ein durchblick hab ich ihn gerade ja gut okay ich glaube ich kann separat die dinger auswählen wie die die schildpacks genau einmal nach oben bitte dankeschön alles safe kontrollpunkt hey ich geh erstmal dahin er habe keine ahnung ich gehe erst mal nach unten da gibt es mehr ich dachte ich das geht nicht das ist eine batterie oder oder doch nicht so nach keiner ich habe schon wieder egal jetzt mache ich die mission zu ende und dann ich mache die mission zu ende und dann und dann stelle ich mit dem wecker sagen stehen den den timer das ding ist ja sehr effektiv gegen die dinger das ding gegen die dinger alles klar ein einziger noch da ein einziger ein einziger da komme ich auch nicht hoch bin ich wieder hier hallo ah das ist das letzte ding ok jetzt weiß ich bin nicht groß so hier hin jetzt ja auch weiter na einfach draufhauen das schreit nach unterdrückungsfeuer wie die knarre einfach hier alles leer räumt da geht es auch nicht weiter gut damit hätte ich diesen raum clean nein halt da bin ich gefallen ok moment rückzug so wieder ready ich komm ja meister ja so doch einfach du bist doch einfach noch ja jetzt brauchst du aha oh ja nochmal so genug gebetet ah da gibt es einen List das hier ach so ist hier noch was ah noch ein Versteck jawoll ah hier war auch ein Schild gewesen ok die ist schön hüpft oh naja mach auf so nein 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 oh das war knapp ach das war es jetzt auch schon alles das war jetzt auch schon alles das war jetzt auch schon alles nein ich musste da hin ja 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 Okay. Ah, ah, ah. Ich dachte, das sind nur zwei. Wo ist der dritte? Waren es nur zwei? Nein. Hä? Wo? Halt die Tasse. Ah, K Kevin. Okay, apa? You have a Megaster Mmhm j depart Yeah! Baby! Bocha gonnaano, bocha gonnaatoo? Ich werde dich zu töten. Fürstet mich. Oh, die haben sogar Sterbensanimationen. Gibt es hier noch was? Nein, warum auch immer hier eine Treppe runterläuft, das macht gar keinen Sinn. Oh, Leben. Hoch, weicht das? Als ob. Oh, Mensch. Oh, Mensch. Hehehehehehe. Hehehe. Gefällig. Dammit, jetzt muss ich einen auf Blockvogel machen. Ja, schon mal Venture, ne? the jetzt muss ich noch etwas verbessern Entschuldigung, wo bist du denn? Hä? Ist mal im Ernst, wer bist du, wo kommst du her? Wer bist du, was weißt du, wer bist du? Eeeh, okay, bir külühtöyü Oh, oh Hey, hey, genaut ki taft dien ah wie cool ist das denn du bist süß komm her oh was war das jetzt ich bin kurz rausgepackt ich springe automatisch in den kopf okay dich lass dich leben du bist süß oh leben welch philosophische beschreibung jawoll meisterhaft ich weiß nicht habe ich einen dunklen adepten gehört ich will nichts und niemanden übersehen deswegen bin ich ordentlich okay jetzt ein bisschen mehr gunplay das war es wieder ein bisschen gunplay das ist eigentlich ja ne ach das wollen wir legen okay okay aha hat mich durch hat 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 ach wait du sollst auch vorwärts laufen hat Ahhhhhhhhhh Oh, komm her meine Ponyhilde! Okay. Sonst alles gut hier oder kommt noch... ...nichtschwert Schwinger? Schwinger? Wo bist du mein Schwinger? Okay, jetzt reicht. Hm. Tja, scheinbar war's das schon. Danke fürs Zuschauen. Oh! Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Entschuldige, dass ich es nicht nach Bakura geschafft habe. Aber du hast dich wohl tapfer geschlagen. Ja. Äh, was haben wir hier? Sprung... ...25... ...Blitz 12... ...Ausgeschaltete Feinde 80 waren's. So viele? Ja, gut dafür. Würfe, Blöcke... Mhm, mhm, mhm. Gut, fortsetzen. Die Lage wird ernst da. Wir haben unzählige Berichte aus der gesamten Galaxis über einen neuen Sith-Kult, die jünger Ragnos gehört. Oh, nein! Ah! Ja! Äh... Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und möge die Macht mit euch sein. Immer.